Mein Name ist Kathrin Favero, ich bin Co-Leiterin der Sektion Prävention in Gesellschaft und Arbeitswelt am Bundesamt für Gesundheit. Ich weiss, dass wir seit über 15 Jahren mit IDESPORT zusammenarbeiten. Im Rahmen des nationalen Programms Ernährung und Bewegung, bei der Qualitätssicherung der Aus- und Weiterbildung haben wir mitfinanzieren oder haben auch unterstützt im GUMB über die Sprachgrenze hinaus, also in Dessin oder auch in Tromandie. Seit 2017 sicher dürfen wir im Rahmen des Alkoholpräventionsfonds unterstützen. Dort hatten wir verschiedene Projekte zusammen, jetzt war es die Implementierung von Everfresh oder auch der Aufbau von partizipativen Strukturen in der Alkoholprävention. Ich war immer sehr beeindruckt vom Herzblut und der Begeisterung, die bei IDESPORT geherrscht hat, der Wille zur Innovation und Weiterentwicklung, also auch der Ausbau der Angebote, die Entwicklung der Organisation oder auch die Weiterentwicklung der Weiterbildungen. Ich gratuliere IDESPORT ganz herzlich zum 25-jährigen Jubiläum und ich wünsche ganz viele freudige Gesichter, die auch weiterhin die Turnhalle der Schweiz verlassen. Untertitelung des ZDF, 2020